Ah, Herr Gute, Mr. Sportivor hier. Viele, viele Vereine, Verbände haben schon ein klares Zeichen gesetzt. Und jetzt folgen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Denn sie werden in Zukunft ihre Vereinsnamen ändern. Die Gründe sollten auf jeden Fall bekannt sein. Und ich denke, dazu muss ich auch gar nichts mehr sagen. Denn für die, die es noch nicht mitbekommen haben von den Fans von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, das ist irgendwie so brandnew, ihr wisst ja, eure Vereine heißen Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Falls ihr euch so verstanden habt, Borussia, und ihr wisst ja, Russja bedeutet Russland. Und dementsprechend werden in Zukunft, das wird bald noch angekündigt von dem Verein, das ist noch in der Schwäbe, eure Vereine nur noch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach heißen. Alter. Ach komm, ich habe so viele ernsthafte Videos. Da muss sowas mal auch zwischendurch her. Ja, ja, das mit Russland etc. ist ein ernstes Thema, aber ihr wisst auch, wenn man diverse Themen mal ein bisschen mit dem Humor verpackt, dann ist das ja in Ordnung und wir haben so viel Leid, da muss man auch mal, da sind so down aktuell, weil erst die Pandemie und dann sowas, ein bisschen Humor zwischendurch muss mal sein. Natürlich werdet ihr eure Namen nicht ändern, es bleibt alles so, wie es ist. Es wird nicht dran gerüttelt, halt, stopp. Und das war ein kurzes knackiges Video einfach nur. Und ich sag, Arrivederci, bis dahin. Und ciao, ciao.